Ich bin schnell auf den Ankunftssteg vom Koko Bodo Hiti rausgegangen. Hier wirst du empfangen, wenn du nach einer 40 Minuten Fahrt mit dem Speedboot vom Flughafen in Male auf der Insel ankommst. Das ist schon Urlaub vom ersten Moment an. Der Flughafen in Male ist eigentlich winzig klein, man ist sofort im Freien, geht ein paar Schritte, steigt ins Boot und nach 40 Minuten Fahrt mit dem Speedboot, das ist ja auch schon abenteuerlich, ist man dann hier auf der Insel. Und kommt genau hier an. Und wenn du auch hier ankommen möchtest, dann ruf an. Die nächste Reise ins Coco Palme auf den Malediven mit Air Berlin geht heute Morgen raus. Registrieren tust du dich mit einem Anruf auf der 030 884 8484 884 8484. Ruf an, egal ob besetzt oder freizeichen, du bist in der Lostrommel mit einem Anruf. Viel Glück!